Hallo, mein Name ist Marc Opreznik. Ich bin Professor für Marketing an der Fachhochschule in Lübeck sowie Gastprofessor an internationalen Hochschulen in den USA, England und der Schweiz. Dieser Kurs hat das Gebiet Marketing und Sales zum Thema. Warum Marketing? Marketing ist für alle Unternehmen jedweder Branche relevant und überall um uns herum. Beim Arzt, im Supermarkt, auf dem Flughafen, in den Unternehmen. Was aber bedeutet Marketing? Für die meisten ist Marketing gleichbedeutend mit Werbung und Verkaufen. Marketing ist aber viel mehr als das. Als Sino Davidoff für die Produkteinführung von Cool Water, einem der erfolgreichsten Düfte aller Zeiten, den Marketing Award of the Year gewann, wurde er von der Financial Times nach der Marketingstrategie seines Unternehmens gefragt. Er antwortete wie folgt. Marketing? Ich habe niemals Marketing praktiziert. Ich habe immer nur die Bedürfnisse meiner Kunden besser befriedigt als meine Wettbewerber. Und sehen Sie, genau das ist Marketing. Und deswegen ist Marketing für alle Unternehmen relevant. Denn sie alle haben Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Anforderungen. Und nur die konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse mit dem Ziel, diese zu befriedigen, kann langfristiges Unternehmenswachstum sicherstellen. Im Rahmen dieses Kurses möchten wir Ihnen die wesentlichen Grundlagen des Marketing und seine Instrumente näher bringen. Dies tun wir anhand von anschaulichen und konkreten Beispielen aus der Praxis, die zeigen, wie Marketing funktioniert und was Marken erfolgreich macht. Haben Sie sich jemals gefragt, warum ein Jeanshersteller 499 Euro für einen Jeans verlangen kann, ein anderer aber maximal 100? Ferdinand Porsche drückt es so aus. Wir bauen Autos, die keiner braucht, aber jeder will. Ist das so? Fakt ist, Marketing hat Porsche zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt gemacht, im Bereich des Automobilbaus. Sie sehen, Marketing ist für jeden relevant, für jedes Unternehmen. Und deshalb richtet sich dieser Kurs nicht nur an Studenten wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, sondern an alle Interessierten, die verstehen möchten, wie Marketing und Marken funktionieren. Im Rahmen dieses innovativen Online-Formates haben Sie nicht nur die Gelegenheit, Fachwissen zu erlernen, sondern auch Ihren Lernerfolg anhand von Multiple-Choice- und Vertiefungsfragen zu überprüfen und sich mit Ihren Kommilitonen und Kommilitonen auszutauschen und zu diskutieren. Philipp Kottler, der bekannteste Marketing-Professor der Welt, sagte einmal, Marketing ist zu wichtig, um es den Marketingleuten zu überlassen. In diesem Sinne können Sie von diesem Kurs nur profitieren. Ich würde mich freuen, Sie bei diesem Kurs in diesem innovativen Format begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen dafür alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank.